man denkt er kann es jetzt einnehmen aber ja schafft er nicht mein ami ist voll schauen wir mal was wir so machen können ja diesen zwerg zu löscht man ist so schloss jetzt noch weiter ausbauen und das ist ganz wichtig sehr stark sind sehr starke schwertkämpfer wie bitte nene ich erzähle halt so den user ich bin mir leid ich habe ja brainfk warst du ja das damit hätten wir schon mal geschafft dass er keine schützen hat ich habe neues wort von wo man es sagen kann schützen schützen ja besser als schießer schieße schieße jetzt bin mir gemacht sehr liebte ja aber mich hat interessiert was genau so an diesem tod so und haben überlebt aber nicht lange einhornattacke 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 Prozent bis zu sein meininbogen so jetzt kommst du dran dich machen wir auch mal gleich fertig das fand ich euch dann gleich nach wop 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 was Jesus ey Schille färts wieder in der hochzeit an meinem Haus vorbei ich hörs Wenn du wüsstest, wie viele Hochzeiten es jede Woche am Samstag, also jede Woche am Samstag bei mir vorbeifahren, ne, das kann man sich gar nicht vorstellen, ne. Wir nehmen dir jetzt in der Kirche, oder? Äh, ja. Ja, das stimmt allerdings, das stimmt. Also, genau. Mich interessiert, was ist das für eine Magie? Luftmagie. Ich sollte mal eine Luftmagie meistern, dann macht das höllisch viel Damage. Bis jetzt nur 200. Dann kann man drauf tun. War und tot. Die waren verloren. Holy shit. Und das Schloss weiter ausbauen. Das Schloss ist halt sehr wichtig, weil damit beschütze ich meine Hauptschlösser, beiden. Das Schloss da unten ist damit in Sicherheit. Ja, damit hätte ich halt einen großen Standpunkt. So. Das war jetzt blöd von mir, zum Beispiel. Einfach davor zu rennen. Naja, rennen wir einfach vor. Äh, straight vor wie ein Bot. Einfach vorrennen. Ah. Tod. 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 Magie können wir nicht daraus. Verbessern. Interessiert. Also, das ist echt kacke. Ich hab das falsche Schloss gewählt. Ha. Naja, hier werde ich wahrscheinlich nur Engel ausbauen. Ich kann hier Engel ausbauen, aber im anderen Schloss nicht. Hm, das ist komisch. Ja. Jetzt haben wir soweit alles. Auf jeden Fall, hier haben wir alles. Da werde ich immer... Ich werde mich mal fokussieren. Jetzt die siebten Einheiten. Komplett. Moment. Hopp, hopp. Oh. Das fehlt noch. Ich werde mich auch fokussieren. Die siebten Einheiten. Jetzt sind mal vor allem bei mir im Schloss. Damit ich sie mitnehmen kann. Was brauche ich denn dafür? 20 Kristalle. Sollte ich doch irgendwie machbar sein. Traden. So. Da kann man das hier ein bisschen machen. Und da haben wir schon fast 20. So. Steine. Oben war noch irgendeine Mine. Nein. Schauen wir mal. Ach, du willst gegen mich kämpfen. Wirklich. Nachdem ich einen gekauft habe. Gerne. Er hat auch ein Magielevel. Zwar sehr niedrig, aber... Magie ist ja Magie, ne? Ich brauche die da oben sterben. Ich brauche die sowieso nicht. Das ist gut. Das ist gut. Als nächstes werden... Ich bin erkältet. So. Oh. Oh. Hallo. Hallo. Hier geht's eben. Sind die noch auf? Ja. Ja. So. ja um fünf Jahren es ist egal ja um 50 zu Max Essen müssen diese ja ich glaube die Wörter wie sie schon nicht und ich bleibe zu Hause weil ich würde es nicht zu Hause aus wir reden dann nach der Ding so jetzt haben wir ihn der ist noch recht schwach aber mit der Zeit sollte er schon besser werden wenn er öfters hier kämpft und vorbeikommt so advanced learning ist halt gut ist nur wieder ein paar verloren ja aber darum ist der Kristallader nein gegen dich will ich nicht kämpfen ich will die Kristalle haben und das ist jetzt das entscheidende was nämlich Engel oder Drachen ach so ich muss ja alles aufbauen damit ich die Engel ja darauf habe ich keinen Lust also nehme ich ich nehme die Drachen so da haben wir jetzt so swäge Drachen die uns ein Kristall kosten wenn wir einen kaufen einer ist halt wenig so 20 wären halt gut ja wir wären schon ziemlich stark 20 wo ist ja etwas stört mich hier so ein gutes Teil ich nehme es mir mal kurz ja so du schaust dir mal Magie an ein bisschen so geht es wieder ins Schloss und da oben ist glaube ich irgendwo einer so wer ist stärker few hordel oh mein Freund du wirst sowas von gleich sterben so wer ist stärker ich komme gleich schon noch zu deinem Schloss wahrscheinlich ist in der Unterwelt ein Schloss aber ich muss halt erstmal in der Oberwelt alle Schlösser von ihm erobern ich gehe einkaufen ähm ok 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 ich muss wahrscheinlich erstmal in der Oberwelt alle Schlösser von ihm erobern weil dann habe ich halt die Oberwelt für mich und wenn er aus der Unterwelt kommt kann ich ihn besiegen ja so der wird so besiegt da hat er ein paar Einheiten da gelassen und damit er das Schloss nicht nochmal einnimmt der geht auch weg das ist gut so und wir brauchen für die Verbesserung ups für die Verbesserung der Dachen brauchen wir 30 und 20 Kristalle wieder wir haben ja jetzt Holz ein bisschen mehr das machen wir so das passt dann soweit oh wir haben viel Geld sehr viel Geld da können wir auch was oh da können wir auch oh wir brauchen Steine und 30 ups so da können wir die Drachen verbessern jetzt machen wir zwei Kristalle pro Dings pro Drache die sind dann so gelb so jetzt würde ich sagen hatten wir doch irgendwo so einen Char zum nutzlosen genau das ist der nutzlose Char der reitet erstmal hier hin währenddessen machen wir im Schloss hier ist alles ausgebaut ja bauen wir jetzt hier noch im Schloss ein bisschen was aus da stellen wir uns hier ein Schaber der mir hier auf die Nerven geht so geben wir ihm diese Bogenschütze so wir warten jetzt hier ach nein 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 erstmal Zähne ausbauen hier sowas das darf doch nicht wahr sein hört er auf irgendwo mal anzugreifen aha na wenn du denkst es bringt dir was das darf doch nicht so Oh, ich habe meine ... Oh, dann gehen wir zurück. So. So. Jetzt kommen wir hier. Ja, das ist ausgebildet. Haben? So, man die Dingens aufrüsten oder was? Was? Füßt du, wie wir dann noch mal deine Stückkräfte aufrüsten? Also, ich wüsste, ich wüsste jetzt alles noch mal auf. und greifen dann noch mal an komplett frontal ähm irgendwas habe ich jetzt was doppelt nein, ne? ne, ne ah, das hier, genau das hat mir jetzt nicht verwirrt so, und jetzt gehe ich und wobei ich gehe hier nochmal vorbei und er greift mich wieder an warte mal, welche Bock greift er bitte an oh, mein Scheiß, gar nicht in der Burg ups ja, ne, da darf ich ne Burg nicht aufgeben ne, das hätte sie, den Schal na, du kannst es wohl, du kannst du, wie es aussieht, kannst du aber nicht verteidigen, ne? nein, mein Scheiß, aber zwei Meter entfernt, deswegen ich wollte es verteidigen, aber ja, ein bisschen damage ist auch was ich hab ja gar keine Einheiten, sieht man ja ja das sind wohl nicht egal, dass wir das sind doch den einen Zwerg, hier war jetzt, ist er gestorben so das ist so fair, ne, das ist der Wahnsinn das ist echt stark, das ist genauso wie meine Einhörner ich finde, wie da ist der Gute am stärksten ist der was? der Baum da geht der Olle Baum, Mann ja, weil ich davon 66 habe, das ist echt viel schick die Baum, wenn er nicht schlacht die One-Hitten gleich wieder, was du sagst dir ja, diese Vampire sind auch lästig, die hier, die sind gar nicht so lästig, aber die Anzahl von denen macht es halt echt aus Nobody will do it like this one, it will do it like this one, come and get hit, it will do it like this one, right? Vielen Dank.